Heute sind wir bei der Verbraucherzentrale Langenfeld. Die bietet jetzt noch mehr Service. Wie das funktioniert, verrät uns ihr Leiter Andreas Nabe und Landrat Thomas Hähnl. Wir haben jetzt hier in der Beratungsstelle Langenfeld eine zusätzliche Stelle geschaffen durch den Kreis und die Stadt Langenfeld. Das Besondere dabei ist, dass wir verschiedene Vorteile jetzt verbinden können. Zum einen ist die Beratung jetzt nach Termin möglich und auch im externen und gesicherten Beratungsraum. Und darüber hinaus haben wir auch noch eine Ausrichtung in den Südkreis Mettmann, wo wir dann eben auch mit der Außenwirkung uns besser aufstellen können. Wir haben heute in der Verbraucherzentrale nochmal die neuen Mitarbeiterinnen vorstellen können, die durch eine zusätzliche Finanzierung des Kreises hier zur Verfügung stehen. Damit kann die Verbraucherzentrale in Langenfeld natürlich für den gesamten Südkreis ihr Angebot erheblich ausweiten. Das ist eine tolle Sache. 40.500 Euro wird der Kreis hinzugeben. Bisher hatte die Stadt Langenfeld das alleine getragen. Jetzt haben wir ein besseres Angebot für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich denke, das ist eine tolle Sache. Das Gleiche werden wir auch noch in Vellbert machen. Wir werden wahrscheinlich noch im Monat Juli einen entsprechenden Kreistagsbeschluss haben. Dann wird auch eine zusätzliche Personalstelle in Vellbert vom Kreis finanziert und dann wird auch das Angebot für den Nordkreis besser werden. Wir werden wieder immer noch in der Verbraucherzentrale in Langenfeldes'. Auch in der Verbraucherzentrale in Langenfeldes' leiteten,